Hallo Ali! Heute gibt es als Hauptspeise mal einen wunderbaren Salatteller mit frischer Burrata, einigen Mini-Sanmazzano-Tomaten, etwas geröstetem Brot und einigen Scheiben leckere italienische Salami. Dazu benötige ich heute frische Burrata. Das ist hier so noch die Transportverpackung. Ich habe schon mal so ein bisschen Wasser abgegossen, damit man das sieht. Hier oben ist dieser Zwirbelknoten, womit die Kugel geschlossen wird. Innen drin ist eine ganz leckere, sahnige Flüssigkeit. Außenrum ist eine Mozzarella-Platte, die dann quasi hier oben zusammengezwirbelt wird. Gibt es auch in einer kleineren Größe. Das sind hier 180 Gramm. Dann benötige ich natürlich Tomaten. Hier habe ich meine Mini-Sanmazzano-Tomaten, einige dunkle Wildtomaten. Ich weiß jetzt nicht genau, welche Sorte das ist. Habe ich heute bei meinem Gemüsehändler geholt. Einige kleine gelbe, hier eine Paprikatomate und nochmal Fleischtomaten. Dann brauche ich natürlich Brot. Das werde ich natürlich klein schneiden. Zwei Scheiben mache ich davon. Die werde ich ein bisschen in Öl und mit Knoblauch anbraten. Und dann kommen noch einige Scheiben italienische Salami dazu. Etwas frischen Basilikum mache ich dann noch damit bei. Und als Dekoration bzw. als Unterlage auf dem Teller mache ich einige Salatblätter. Ja, das Ganze wird nachher dann noch ein bisschen beträufelt mit Balsamico, mit weißem Balsamico. Einem guten italienischen Olivenöl. Ich habe hier ein trübes genommen. Das hat wunderbaren Geschmack. Das ist wirklich hervorragend geeignet dafür. Dann noch etwas Fleur de Sel. Das gebe ich so dazu. Das kann man dann selber nachwürzen. Einige wenige Raspel oder ich glaube man sagt es von der Zitrone. Die gebe ich nachher dann auch nochmal oben über die Burrata. Als erstes habe ich mir jetzt einen Teller schön mit Salat ausgelegt. Ich nehme übrigens immer ganz gerne diesen Salat, der noch so einen Wurzelballen dran hat. Den kann man sich dann wirklich in so ein kleines Gläschen machen. Der hält dann einige Tage und dann kann man schön immer von außen abpflücken bzw. ernten. Als nächstes werde ich mir jetzt das Brot aufschneiden und werde es ein bisschen in der Pfanne mit dem Knoblauch rösten. Die Pfanne habe ich jetzt schon ein wenig erhitzt. Jetzt gebe ich ein wenig von dem Olivenöl dazu. Da braucht man also wirklich nicht viel. Das ist nur so ein ganz kleines bisschen, damit das Brot so ein ganz klein wenig davon aufnimmt bzw. der Knoblauch auch sein Aroma in das Öl abgeben kann. So, da mache ich mir jetzt den Knoblauch rein. Den habe ich also einfach nur so mit einem Messer ein bisschen glatt gedrückt. Und wenn der so ein bisschen gewurzelt hat, ich verreibe den immer noch mal hier so, dann gebe ich das Brot dazu. Jetzt kann das Brot dann auch dazu. Ein bisschen ruhig andrücken. Und dann mache ich das von beiden Seiten so 2-3 Minuten, bis es ein bisschen eine Farbe angenommen hat und lege es dann erstmal beiseite. Die Brotscheiben sind jetzt fertig. Ich stelle sie jetzt erstmal beiseite und lasse sie erstmal ein bisschen abkühlen. Und packe sie dann auch auf den Salatteller mit drauf. In der Zwischenzeit werde ich mir jetzt die Tomaten vorbereiten. Das Brot ist jetzt also schön abgekühlt. Ich habe mir den Teller also soweit vorbereitet. Brot aufgelegt. Hier habe ich mir die Salami geschnitten. Hier ist das Fleur de Sel. Hier habe ich nochmal was von Balsamico-Essig. Das ist im Übrigen ein ganz feiner, milder, sehr fruchtiger. Dann was von diesem naturtrüben Olivenöl. Ein Löffelchen, sodass jeder nachher nochmal ein bisschen nachträufeln kann. Jetzt werde ich nochmal meine Tomaten da drauf geben. Die habe ich schon ein bisschen vorbereitet. Das heißt, ich habe sie einfach nur halbiert. Die lege ich jetzt hier oben einfach so ein bisschen auf dem Brot drauf. Ich habe dazu die San Malzano genommen und eine von diesen dunkleren und ein wenig von der Paprikatomate. Die wirklich richtig nach Paprika riecht. Ich habe jetzt also noch nicht probiert, aber ich könnte mir vorstellen, dass er auch so ein Aroma in dieser Art hat. So, jetzt mal eins runtergehüpft. Das wollen wir auch noch mitnehmen. Das kann hier oben nochmal ein bisschen hin. Jetzt nehme ich mir da nochmal ein wenig Salat vor. Auf die Tomaten gebe ich dann noch einige wenige Basilikum-Blättchen. Das nehmen da nämlich immer die Spitzen nur. Mehr braucht man da auch gar nicht drauf machen. Das reicht schon. Dann noch ein wenig Olivenöl. Das kann ruhig auch nochmal ein bisschen ins Brot einziehen. Dieses Olivenöl ist hier wirklich sehr, sehr schmackhaft. So, und dann kommt das eigentliche Highlight. Die Burata. Ich habe sie jetzt hier aus der Transportverpackung genommen. Ja, man sieht also, das ist wirklich so ein kleines Säckchen. In diesem Säckchen ist wirklich eine hervorragende Füllung. Das ist so sahnig mit Stracciatella. Also heißt so mit gezogenem Mozzarella. Das werde ich jetzt hier raufgeben. Und werde das dann nochmal schön anschneiden. So, sodass der Inhalt auch noch so ein bisschen auslaufen kann. Dann schneide ich hier oben. Und dann hier so schräg runter. Wer darüber etwas mehr erfahren möchte, der kann also auch mal auf die Seite von gustini.de gehen. Da habe ich den übrigens auch bestellt. Bei dem kann man also auch, wenn man auf den Link Käse, klickt, findet man auch zwei Links zu filmen. Wo man also sehen kann, wie der Burata oder die Burata auch hergestellt wird. Jetzt mache ich hier oben noch ein wenig von meinen kleinen Zitronenspältchen drauf. Das passt ganz gut dazu. Braucht aber nicht so viel sein. Also kann man ruhig ein bisschen sparsamer mit umgehen. Dann kommt hier auch nochmal ein kleiner Schuss Olivenöl auf. Und den Rest kann man sich dann selber nochmal würzen. So werde ich das jetzt auf den Tisch bringen. Das ist wirklich eine reichhaltige Portion. Schmeckt hervorragend, wirklich. Also ich bin völlig begeistert. Das ist wirklich eine ganz, ganz leckere Sache. Ich wünsche jedem viel Spaß beim eventuellen Nachmachen. Einen guten Appetit. Und vielleicht bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Musik 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 Bis zum nächsten Mal.